So, jetzt kann ich erstmal kurz die Comparator haben, also ich platz erst mal die Technik und hier nochmal mit MC Edit das gleich nochmal ein bisschen bearbeiten, beziehungsweise wenn ich mach dann MC Edit komplett neue Folgen und das werde so schnell gehen, dass wir es in 5 Minuten, wo jetzt in Maximum 2 Folgen, es kommt jetzt 2 mal die Woche, also in einer Woche sowas schaffen würden. Ich kann inzwischen auch ein paar Pläne zu ein paar Projekten nennen. Ich bin hier noch im April und ihr seid schon fast im August, sag ich mal so, aber wie ihr gesehen habt, Redstone Mania ist das 1.0 Projekt dieses Mal und es wird, ich kann sehr, sehr, sehr deutlich schon verraten, mit was es weitergehen wird und sowas. Denn die Medizin gegen Redstone Mania, meine ich, wenn ihr das auch so meint, dann sag's mal in den Comments. Und so ist es mal really, ich hab letztens Aufrufe gemacht, also aufgerufen in die Kommentare was zu schreiben und weiß nicht, sehr leere Kommentare. Ja. Ja. Genau. Dankeschön. 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 Gut. Gut. So. Habe ich hier auch schon ein Red Sound. Comparter, 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 Comparter. Ja. Komm mal rein. Da rein. Ich freu mich schon mal. Ich sag mal so viel. Ich kann so viel spoilern. Die Technik der Kasse wird geil. Das ist richtig geil. Denn die wird nicht auf unserer Dings-Ausposition sein. Gut. Was ich machen konnte ist ... 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 genau ich kann mir das mal replikieren und dann steuerung mittelblicken Papa ich darf den nicht verlassen, hab den verbammeln... Bummeln, nein ja... Oh, Blut, Blut, Only Macaroni Nein, das darf nicht passieren, das ist alles zählender Facke, das darf nicht passieren, seid schon mal ganz klar, falls ihr dieses Redstone-Großmarkt diesen Großmarkt nachbaut, seid vorsichtsreitgeboten.